Ja genau, oh geil, oh, so geil. Gebt euch das bitte, gebt euch das, lehnt euch zurück, chillt eine Runde, wenn ihr euer Handy am Start habt, lehnt euch schön ins Sofa und genießt dieses Ding bitte. Ich würde es am liebsten in Slow-Mo laufen lassen. Hallo Leute, hier ist der Usur wieder, jetzt will ich euch nochmal kurz ein paar, ja, nicht Verteidigungen, da können wir auch nochmal reingucken, aber jetzt will ich euch wirklich nochmal genau zeigen, wie ich momentan stehe. 3065 Pokis sind es momentan, ich glaube, das ist auch fast mein High. Bis jetzt 3073 hatte ich schon, also das passt, das ist wirklich straight auf Champion zu und da gucken wir mal kurz in die letzten Reihen, gucken wir mal, also hier wirklich Loot echt total grottig, aber mit den Pokis geht es halt. Ja, das war halt mega, das Ding, das habt ihr in der letzten Folge schon gesehen, das möchte ich euch, ich lasse nochmal schnell durchlaufen, aber das muss man ja jetzt nicht fünfmal auseinandernehmen. Ja, der war ziemlich geil, also das war ziemlich nice, da habe ich mich auch gefreut, dass das dann so lief. Aber da habe ich halt wirklich geguckt, also ich schaue jetzt auch wirklich mittlerweile echt, zuvor habe ich wirklich immer alle Heiler gleich verballert, aber ich glaube wirklich mittlerweile kann man teilweise mal ein paar Heiler sparen. Aber wie gesagt, lieber einen Heiler mehr gedroppt, als wenn ihr wirklich am Ende dann da sitzt und dann, oh Mist, oh Queen Down gegangen und es passiert einfach so extremst schnell und dann, ja, dann kann man halt irgendwie ein und eine Viertelstunde oder sowas, das ist bei mir glaube ich momentan, kann ich halt nichts machen. Und das Heilen halt kostet halt mega Kohle, beziehungsweise mega Gems, das muss nicht sein. So, schauen wir mal weiter. Ja, das ist hier jetzt nicht wirklich, na, obwohl, gucken wir mal rein, hat da einer sein Rathaus draußen gehabt. Ja, genau, das habe ich halt wirklich nur, wirklich einfach nur easy weggesnackt. Das war cool und da habe ich dann auch nicht wirklich weitergemacht. Also erstens, der hatte nicht wirklich mehr irgendwie zu bieten und was soll man da dann nochmal weitermachen? Ich meine, der hat mir fünf Pokis geschenkt, warum nicht? Also da sind wir gerne dabei, auf jeden Fall. Das war ein ganz netter Loot. Ja, genau, oh, geil, oh, so geil. Gebt euch das bitte, gebt euch das, lehnt euch zurück, chillt eine Runde, wenn ihr euer Handy am Start habt, lehnt euch schön ins Sofa und genießt dieses Ding bitte. Ich würde es am liebsten in Slow-Mo laufen lassen. Ich würde es am liebsten in Slow-Mo. Ich würde es am liebsten in Slow-Mo. So, da haben wir die Slow-Mo mal drin gehabt. Ich musste es euch einfach geben. Ich fand das so episch, wie die gelaufen ist. Und wie gesagt, wirklich, hier halt eben noch zusätzlich halt wirklich die Kanonen abgelenkt, dass halt wirklich ich mich echt auf die Expos konzentrieren konnte, dass die Kanonen nicht gleich splashen und meine Queen dann wirklich down gehen lassen. Und ich hatte halt eben zusätzlich noch ein paar Prozente bekommen, ganz klare Geschichte. Und das lief halt mega. Das lief mega und er hatte halt auch einfach guten Loot, das konnte man nicht meckern. Und wie gesagt, er mag wirklich bei so einer Sache super, super easy in Champ mit so einer Base kommen. Darum möchte ich absolut gar nicht bestreiten, aber er kommt, wie gesagt, einmal an den Falschen und kassiert halt. Klar, wenn er fünfmal an den Richtigen kommt, hat er einfach mal seine 100 Pokis einfach mal so gemacht. Und einer im Town Hall 10 Bereich naschten dann komplett weg. Ganz klare Geschichte. Aber wie gesagt, den konnte ich mir halt auch absolut nicht verkneifen. Und deswegen habe ich euch den einfach nochmal zeigen wollen. Der war so genial. Ich glaube, das Gold habe ich dann nicht mehr bekommen. Das war es dann aber auch. Also das war echt richtig, richtig cool. Doch sogar das noch ein bisschen. Ja, also der war einfach richtig cool. Der war nice. Also da, ja, ich dachte, ach, geil. Richtig cool. Und das ist halt einfach wirklich so eine Sache, wo du sagst, Yeah, das Spiel macht einfach Spaß. So, dann kommen wir jetzt zu dem letzten. Den habe ich jetzt gerade erst rausgehauen. Halt auch, ich mache nochmal kurz Stopp. Halt auch gedacht, gut, okay, kommst du von der Seite. Hätte ich hier genauso machen können. Aber wirklich, ich finde wirklich, wenn ich über die Ecke komme, kommen die Mauerbrecher definitiv in dem Bereich halt an und knacken das halt wirklich kaputt. Und da hast du die Wahrscheinlichkeit, dass die halt besser laufen, meiner Meinung nach gegeben. Und den King hat halt gleich schon mal ein bisschen was Arbeit gegeben, dass der halt da schön auseinanderbrechen kann. Und die Bogentürme waren natürlich gleich mit meiner Queen beschäftigt. Und ich hätte hier mir ein bisschen mehr erhofft, aber klar, der Minenwerfer hat halt gleich richtig kurzen Prozess gemacht. Passte aber soweit auch. War nicht weiter wild. Ja, die Mauerbrecher hätten nicht sein müssen, aber haben mir dann ganz gut getan. Hier habe ich gesehen, dass der eine Riese, das habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass der eine Riese nochmal meinem King hinterher ist. Aber war kein Thema. Ich dachte zuerst echt, sie geht direkt rauf, aber ist dann rumgegangen, war kein Thema. Hat mir nicht wehgetan. Hier wollte ich kein Risiko eingehen. Rage gedroppt, glaube ich. Genau, Rage gedroppt war auch vollkommen richtig. Zusätzlich mit den anderen Heilern halt noch in Verbindung, dass es da echt keine Probleme gibt. Weil wirklich, wenn die Queen weg ist, hat man es einfach mal verkackt. Und ich sage mal, auch nach dem Rathaus, ich habe halt nichts zu verschenken. Die Pokis, die ich mitnehmen kann, nehme ich natürlich gerne mit. Dann mache ich halt nochmal auf 50%. Dann hat man da nochmal den zweiten Stern und dann passt das. So, den hatte ich jetzt und das war es dann. Nicht alles Dunkles bekommen. Na, wir haben hier halt drei Teile. Ganz klare Geschichte. Hier garantiert Tesla wieder mit drinne. So, ganz krass inaktiv halt auch nicht, weil X-Bose noch geladen und Infernus auch. Wobei man da in dem Fall, denke ich mal, eher auf die X-Bose gucken sollte, weil die Infernus halt einfach so dicht oder so weit drinne sind, dass sich die meisten da einfach gar nicht vorgekämpft hätten. Aber da sehen wir halt wirklich, X-Bose sind halt noch komplett da. Genau, jetzt gehen sie endlich da ran. Zack, kaputt. Ah, eine Riesenbombe war es dann doch nur. Okay. Aber gut, wenigstens noch das, ja, 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 wenigstens noch das geklappt. So, da bin ich wieder in Angriffslok. Gucken wir mal in den letzten Rest rein, die letzten zwei noch. Die möchte ich euch nochmal geben. Auch richtig geil wieder schön von oben angegriffen. Hat mir gefallen. Und hier sieht man auch wieder speziell, halt wirklich, wenn man jetzt nochmal Mauerbrecher droppt, kommen die halt wirklich wieder hier lang gerannt und gehen halt nicht gleich darauf. Aber das ist halt absolut gar nicht wild, weil die Queen dann halt von außen rum geht und dann da das Rathaus wegsnacken kann. Also muss man wirklich gucken, was dann hier eben auch noch steht. Und dann passt das. Guckt mal, hier snackt sie noch weg. Und dann kannst du halt nirgendwo anders hin. Muss sich halt das nächste suchen. Ist halt Town Hall. Passt. Ich glaube, hier geht es sogar noch rein. Ich weiß es nicht mehr. Und das war aber eine ganz chillige Nummer hier. Passt hier. Dachte ich dann auch, gut, okay, komm, kleierst du draußen mal, dann kriegst du noch die 50%. Und da habe ich sogar noch das Dunkle mitgenommen. OMG. Lief auf jeden Fall. Und hier gucken wir mal. Da hatte ich noch nicht mal alle Truppen, weil ihr seht es hier. Ich musste halt wirklich vorsichtig vorgehen. Und da dachte ich halt auch, wo gehst du da rein? Probierst du erst hier, bloß dann rennt sie am Ende da lang. Hm, nee, lässt du lieber. Dachte ich mir wirklich, droppst du von oben und jetzt kommt die Sache. Guckt euch das mal an. Also, klar, sie hat erst mal ein bisschen gecleared. Klar. So, jetzt ging sie in Richtung links. Jetzt guckt euch das mal an. Jetzt dachte ich mir, ah, droppst du jetzt hier deine Clanburg? Hm, nee, dachte ich mir, machst du mal noch nicht. Mal gucken, was sie jetzt macht. Und zack, sie läuft auf der anderen Seite. Schön hätte ich hier meine Clan-Truppen verballert. So, und jetzt seht ihr hier gleich, jetzt dachte ich mir, gut, okay, jetzt bevor sie hier dann richtig loslegen möchte, habe ich dann gleich, glaube ich, nochmal auf der rechten Seite gedroppt. Zack, somit war jetzt klar, dass es reingeht. Und dann kamen noch die Riesen und da dachte ich echt, äh, kleinen Moment. Ich hatte gar nicht Angst wegen den Riesen des Gegners. Ich hatte wegen meinen Riesen Angst, weil die Heiler hätten auf die Riesen gehen können. Aber war in dem Fall nicht so, weil die Riesen hier halt meine Queen gerade angegriffen haben. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären die Heiler definitiv auf die Riesen gegangen. Auf meine eigenen. Und das wäre natürlich nicht so toll gewesen. Dann sind es zwar leider nicht mehr 50% geworden, aber gut, okay, äh, ich habe mir die, ich glaube, vier Pokis oder sowas habe ich mir mitgenommen und dann war das ganz safe. Und lief ganz nett. So, jetzt habe ich hier abgebrochen, zack, fertig. Dann war das schick. So schaut es aus, wie gesagt, verteidigungsmäßig. Immer jetzt abgelost. Hier hatte ich mal einen gewonnen, hier auch, der hat mir geschenkt. Der war richtig cool. Haha. Der war daneben. Nö, aber ansonsten lief das hier echt gut heute. Passt. Jetzt wieder Pukki High erreicht. 30,76. Das heißt, ich denke mal, weil ich es halt nicht so krass mache, wie jetzt bei der Aufnahme, sage ich mal, ähm, werde ich, denke ich, ja, in, ich sage jetzt mal, drei Tagen oder sowas, denke ich mal, ganz gechillt, äh, Champion erreichen und dann habe ich halt die Möglichkeit, mir gleich die fünfte Bauhütte zu gönnen und dann passt das. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich habe jetzt schon die erste Nachricht, klar, ihr habt das dann schon längst gesehen, aber ich habe schon die erste Nachricht bekommen von wegen, oh ja, das ist cool, dass du das halt rausschneidest. Gefällt mir gut, dass da halt einfach irgendwo positives Feedback kam, dass man halt wirklich sieht, aha, okay, ihr wollt das auch, wenn ich, dass ich das rausskippe, dass man das nicht so, ein Video, ich sage jetzt mal, wirklich auf 20 Minuten hat, wo man dann sagt, naja, eigentlich hättest du dir acht Minuten davon sparen können, das muss ja nicht sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und wie gesagt, äh, ich denke mal, Champion mit Queen Walk ohne Probleme machbar, auch mit einer kleineren, ich kriege die Frage ja immer wieder, oh, geht das mit einer kleineren Queen, geht das mit einer kleineren Queen? Ja, geht. Ich habe auch heute die Frage bekommen, ähm, geht es denn mit einer Queen unter 5? Ganz ehrlich, würde ich nicht machen, weil wirklich, sobald man die Möglichkeit des Rages da hat, beziehungsweise der Fähigkeit, dass man sie halt unsichtbar macht, wie auch immer, hat man halt noch wirklich eine kleine Verschnaufpause. Die habt ihr nicht, wenn ihr halt die Fähigkeit nicht habt. Das ist echt eine tricky Kiste. Wenn ihr sagt, ey, ich will das auf jeden Fall machen, nehmt euch genug Heiler mit, nehmt euch genug Spells mit, ihr könnt das gerne probieren, aber ich würde wirklich sagen, also sie muss mindestens Level 5 sein, so richtig Spaß, denke ich mal, macht es dann wirklich, denke ich, ab Level 30 wird es halt richtig episch, denke ich, weil da kann die dann richtig gut was ab, da kriegt sie auch mal gut eine vor dem Bug, aber wie gesagt, mit meinem Heal 20 easy going. Das ist eine ganz easy Kiste. Ich weiß noch, wie ich mich am Anfang wirklich beim Poki-Pushen auf Meister wirklich mit Barge herangesetzt habe, oh, kriege ich die 50%, kriege ich die 50% und jetzt sitzt du hier und machst das ganz easy. Also das ist eine wirklich easy Taktik. Ich habe mich heute mit dem Lichtlein nochmal drüber unterhalten. Klar, könnte man jetzt auch sagen, Golem und Erdbebenzauber. Einfach rein und Knall. Ja, schön, logisch, aber ein bisschen anspruchsvoll soll es ja auch sein, finde ich. Also wie gesagt, sonst so eine, ja, er hat es als No-Hand-Taktik, No-Hand, ja, wenn man ein richtiger No-Hand ist, hat er glaube ich gesagt, ja, so eine Taktik hat er es halt gesagt, das stimmt schon. Ich meine, so ein bisschen was zeigen will man ja auch irgendwo. Das war es von mir, bevor ich jetzt hier wieder mich um Kopf und Kragen rede. Ich wünsche euch was und ihr hört rein. Ciao, ciao.